Hallo Paraguay Live, wie immer aus Paraguay, liebe Grüße aus dem sonnigen Paraguay, wie immer an euch. Heute sprechen wir eigentlich wenig. Warum? Zeige ich euch gleich. Wir zeigen euch unsere Rottweiler-Welpen. Ja, neun Stück waren es. Top Arbeit. Deshalb haben wir ein bisschen Verzögerung in den Videos. Schaut euch das an. Es geht um Rottweiler-Welpen. Die sind am 4.01.2018 geboren. Also haben schon gut über 30 Tage. Schaut euch das an. Top. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Hehehe Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Und wie war es? Hat mir stark gefallen. Viel, viel Spaß. Auf jeden Fall hat man viel Spaß mit den Kleinen. Aber natürlich auch für Arbeit. Man muss sich ja mal vorstellen, die wollen auch fressen und zwar ordentlich. Und vor allem, man muss sie auch immer sauber machen. Aber gut, da wir das nur einmal im Jahr machen, es funktioniert auf jeden Fall und man kann diese Welpen also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut verkaufen. Also hier in Paraguay ist es kein Problem, Rottweiler-Welpen zu verkaufen. Deshalb tun wir das auch. Und selber haben wir auch drei Erwachsene. Und jetzt plus neun kleine Stücke. Also bis dann, bis zum nächsten Video. Kommt mal wieder zu anderen Themen, wo wir wirklich ein bisschen mehr sprechen. Okay, also bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Und wie immer, nicht vergessen, eure Meinung dazu. Okay, ciao, ciao.